Ich weiß nicht, dass die Toilette hier, wo Kaden rauf soll, ja? Also, jetzt mal im Ernst, dann soll er sich lieber in die Hosen kacken. K, nimmst du noch auf den Club? Heiß das aus? Aber du musst aushalten, mein Schatz. Was soll ich hier in die Toilette... Boah, wirst du ehrlich da... K, lass dich mal Toilettpapier. Dann lass... Ui. Er ist abgehauen. Okay, dann lass lieber... Wie heißt das, okay? Dann lass lieber schnell Breakfast to Breakfast gehen, ja? Das ist hier sauberer. Halte noch an. Das ist nicht weit. Ja, ist sauberer, ja? Das ist nicht weit, mein Schatz. Das ist direkt hier.